Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Hinweis. Vor zwei Tagen ungefähr hat YouTube mal wieder ungefragt etwas Interessantes gemacht, nämlich offensichtlich inaktive Abonnenten entfernt gelöscht. Auf jeden Fall aus der Liste der vorhandenen Abonnenten entfernt. Dabei, also ich nehme an, Karteileichen entsorgt, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Dabei ist es allerdings auch wohl vorgekommen, dass bei einigen Leuten die Abos, die sie hatten, nicht mehr alle vorhanden waren. Also mit anderen Worten, dass YouTube ungefragt Leute de-abonniert hat. Und aus diesem Grund, hier der Hinweis, überprüft das ruhig mal, ob ihr noch alle Kanäle abonniert habt, die ihr noch vor drei Tagen abonniert hattet. Und falls nicht, korrigiert das, weil, wie gesagt, das war mal wieder YouTube. Und was genau die liebe Firma Google da gemacht hat, kann ich auch nicht sagen, weil ich das natürlich, weil es YouTube ist, natürlich nicht von YouTube erfahren habe, sondern aus dritter oder vierter Hand von Leuten, die gehört haben, dass das so sei. Und da das zu den Fakten passt, denke ich mal, irgend sowas wird das sein. Aber schlussendlich, checkt mal, ob ihr noch alle Abos habt, die ihr vor einigen Tagen noch hattet. Ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.